Ich werde hier ein Aufnahmetagebuch führen, weil ich merke, es entsteht hier etwas Neues, etwas Wichtiges. Das will ich festhalten. Musik Hier fing es an. Hier begann unsere Reise. Ich bin glücklich, diese Gruppe gefunden zu haben. Fährten. Ja, ich will. Ich brauche etwas Neues. Ich fühle, dass wir jetzt handeln müssen.